Und wo ist deine Mama? Sie ist tot. Meine Eltern wollen sie scheinen lassen. Was willst du? Nur ein bisschen reden. Es ist Stress ohne dich. Ich vermisse dich. Es muss schwer für Elias sein, dass sein Vater so oft weg ist. Und dann kommen auch noch die Probleme zwischen den beiden dazu. Von welchen Problemen sprechen Sie bitte? Unser Privatleben geht Sie nichts an und hat mit dieser Sache nichts zu tun. Halten Sie sich gefälligst daraus, ja? Ich bin sehr stolz auf dich. Und Mama wäre es bestimmt auch gewesen. Du musst es nicht sagen. Vielleicht solltest du Mama ja Blumen schenken. Schlägst du ihn, schlägt er dich. Du schlägst zurück und es hört nie auf. Nicht, wenn man beim ersten Mal hart genug schlägt. Man kann nicht einfach rumlaufen und Leute verprügeln. Kapiert, kapiert. Was glaubst du wird aus der Welt, wenn man sich so verhält? Du bist nur ein großer Lügner. Ich weiß nicht, was ich machen soll, damit das wieder in Ordnung kommt. Ich bin immer so stolz auf uns gewesen. Stolz darauf, dass wir uns liebten. Ich bin immer so stolz auf uns gewesen.